Viele Menschen lieben es, Mahlzeiten mit einem Spritzer Ahornsirup zu versüßen. Und wie sich herausstellt, hat dieser beliebte Frühstückssüßstoff so viele Vorteile für Gesundheit und Schönheit, dass er zu einer Art echtem flüssigen Gold geworden ist. Wir von Schrittanleitungen haben herausgefunden, warum Ahornsirup viel mehr ist als nur Süße in einer Flasche und nennen dir 5 Vorteile, diesen täglich in dein Frühstück einzubauen. Doch bevor wir damit beginnen, würden wir uns noch freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst. Und schreib uns in den Kommentaren auch, über welche Lebensmittel wir noch ein Video machen sollen. Denn so unterstützt du uns dabei, in Zukunft noch viele weitere tolle Videos hochladen zu können. 1. Er kann dein Immunsystem stärken Wenn du nur ein wenig Ahornsirup auf deinen morgendlichen Pfannkuchen gießt, kann das deine Abwehr gegen Viren stärken. Dieses natürliche Süßungsmittel ist eine großartige Quelle für Zink, das deinen Spiegel der weißen Blutkörperchen wiederherstellt und dein Immunsystem stärkt. 2. Er ist gut für deine Haut Ahornsirup enthält 24 Antioxidantien. Und eine Studie hat bewiesen, dass wenn du den gesamten raffinierten Zucker durch natürliche Süßungsmittel wie Ahornsirup ersetzt, deine Gesamtaufnahme an Antioxidantien so stark ansteigt, wie bei einer vollen Portion Nüsse oder Beeren. 3. Erhält dich hydratisiert Ahornwasser ist nicht genau wie Ahornsirup, auch wenn es aus der gleichen Quelle stammt. Es wird aus Grundwasser hergestellt, das mit Saft vermischt wird, und obwohl es köstlich schmeckt, enthält es nur 2% Zucker. Einige Sportler sagen, dass es doppelt so schnell hydratisiert wie normales Wasser und ihnen hilft, während des Trainings hydriert zu bleiben. 4. Es macht dein Haar glänzend Um dein trockenes Haar wiederzubeleben und ihm einen Feuchtigkeitsschub zu geben, püriere eine geschälte Banane mit Avocado und füge etwas Olivenöl und Ahornsirup hinzu. Trage die Mischung auf dein Haar auf und wasch es nach 20 Minuten mit einem natürlichen Shampoo aus. 5. Es steigert deine Energie Ahornsirup ist eine großartige Quelle von Mineralien, die deinem Körper zusätzliche Energie geben. Einige Unternehmen haben sogar begonnen, diesen natürlichen Süßstoff zu Sportgetränken hinzuzufügen. Da Ahornsirup Kohlenhydrate enthält, kann er als Energiequelle vor dem Training dienen. Und die vielen Antioxidantien in ihm helfen dir, dich nach einem intensiven Training schneller zu erholen. Nimmst du gerne Ahornsirup zu dir? Ist das flüssige Gold schon Teil deines Frühstücks? Findest du unsere Tipps gut oder schlecht? Welche Tipps und Tricks rund um Lebensmittel hast du noch so für unsere Community? Antworte uns in den Kommentaren, lass uns ein Abo da und aktiviere unbedingt die goldene Glocke, damit du in Zukunft keines unserer zahlreichen Videos verpasst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Denn so unterstützt du uns dabei, in Zukunft noch viele weitere tolle Videos hochladen zu können. Schau am besten auch sofort bei unserem neuen Kanal Blizzbow vorbei, wo wir jede Woche eine Vielzahl an abwechslungsreichen und interessanten DIY- und Lifehack-Videos hochladen. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag!